so das war richtig geiler weg wir fahren jetzt wieder zurück erst mal Richtung hostel weil ich mich absolut verbrannt habe und dann ziehe ich mir irgendwas längeres an wir tun die arme richtig weh und schultern die sind unnormal rot obwohl ich eingecremt war ich hasse sowas es gibt kaum was schlimmeres im urlaub als sonnenbrand weil man dann immer nicht in die sonne gehen kann das ist schon richtig schlimm und bevor das jetzt noch schlimmer wird gehen wir erstmal home müssen wir nur aus diesem labyrinth wieder irgendwie den heimweg finden ja geil hier hast du verloren wenn du dich an die verkehrsregeln hält die leute fahren einfach wie sie bock haben meine schultern tun weh ich hoffe das war der richtige weg ok jetzt wollen wir das nochmal versuchen es ist schwerer als gedacht hier mit dem teil aber es macht so viel laune aber ich habe überhaupt kein langärmliches dabei das ist nervvoll ich muss jetzt mit dem Ding ins wo der hin fährt und blinkt weiß auch keiner was macht denn der da hauptsache immer vordrängeln ne der opus den kurven überholen nicht gut so aus dem thailand sollte man drauf aufpassen oh aber es ist so geil hier überall immer das schöne klare wasser türkisblau so jetzt fangen wir doch mal hier vorbei geben bisschen gas fangen nur 60 aber es fühlt sich so schnell an hier raap rap 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 tuttikom Was kommt denn da vorne aus dem Roller? Das ist auf jeden Fall nicht gesund. Ja man das macht Laune und guckt euch diese Aussicht an. Krank. Müsst du nur an diesem Ding hier mal vorbei. Aber ich will nicht überholen. Oh Mann. Das nervt mich hier. Ist das geil. Das macht richtig Spaß hier zu fahren. Ich weiß auch letztes Mal habe ich das auch richtig genossen. Aber da habe ich nur einen Roller genommen. Und es hat schon Spaß gemacht. Und jetzt dachte ich aber ey wenn die das hier schon anbieten. Wenigstens eine 250er. Auch wenn die das Doppelte kostet. Und ich glaube die kostet jetzt 11-12 Euro für einen Tag. Das ist trotzdem nichts. Im Vergleich zu dem was es in Neuseeland war. Da musstest du die für 300 Line am Tag. 300 in der 250er. Das ist echt eine richtig große Katastrophe. Boah. Hier kann man echt gar nicht sehen. Danger slow down. Den kann. Den will man jetzt auch nicht überholen. Da bin ich dann doch zu sicher. Oder was heißt zu sicher. Da fahre ich lieber sicherer. Hey diese Kurven sind eigentlich so geil hier. Muss man ein bisschen durchknallen. Und jetzt hängen wir da die ganze Zeit hinter dem. Machen die Fotos von mir. Machen die Fotos von mir. Machen die Fotos von mir. Was ist das hier? Für ein... ...Verkehr. Der ist an, so jetzt habe ich nur noch die vor mir. Aber er überholt ja selber die ganze Zeit, wie soll man da vorbeikommen? Ja, und jetzt bin ich vorbei. Jetzt verliere ich irgendwie gleich meinen Kollegen, weil der die nicht so gut überholen kann. Boah, das macht richtig Laune, ein bisschen durchheizen hier. Was jetzt? Ein bisschen schnallen. Auf jeden Fall habe ich meinen Kollegen direkt abgehängt, der kommt mir niemals hinterher. Und jetzt muss man hier wieder aufpassen mit den ganzen Leuten. Boah, diese Backfires Fehlzündung sind echt phänomenal. Boah, fuck, hier ist ein One-Way? Keine Ahnung, ob ich jetzt noch richtig bin. Aber das hier ist auf jeden Fall eine lustige Straße. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier Gegenverkehr kommt. Jetzt gehen die Wheelies auf jeden Fall leicht von der Hand. Okay, aber jetzt kommt mighty. Da sind die Truck Blitz und der guyumen hoch dort mal bitte. Die Truck Blitz und der Dannen. Alfred Besuch hat auch schon die G九 Europäische Bau vor machen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt vom Hostel schon weg sind, aber ich muss jetzt mal ein bisschen cruisen, ohne hier rumzulabern, das hat so Spaß gemacht. Und ich denke mal, das Auto hier überholt selber auch gleich. Heißt gar nicht mehr, ob unser Hostel jetzt. Auf jeden Fall scheint die Sonne ein bisschen hinter Wolken zu sein, das ist ganz geil. Oh mein Gott ey, was ein Teil. Das ist echt, Asien ist richtig geil, hier muss man sich keine Gedanken über Polizei oder sonst was machen. Ich glaube wir sind hier. Ja man, Cats in Space, guck mal wie geil das aussieht. Sick man, sick. So ich zieh mir jetzt was an, damit beende ich das Video für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen, ein Däumchen wird ein Träumchen. Lasst mir ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und haut rein, ihr Land Katzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.